So löst du vererbte Trauer, Depression und Angst aus deiner Ahnengeschichte. Das ist der Titel für das heutige Video hier. Und ja, so viele Menschen berichten mir, dass sie so gestresst sind, dass sie an emotionalen und psychischen Problemen leiden, bis hin zu ausgewachsenen Depressionen, Ängsten, Angststörungen, Beziehungsprobleme. Alles gar keine ungewöhnliche Sache. Denn alles, was lange in einem Menschen, ich sage mal, so zurückgehalten wurde, was in einem so gärt, festgehalten wurde, nicht aufgearbeitet wurde, abgearbeitet wurde, wofür es keine Worte gibt, weil man sich das Leiden eben auch nicht erklären kann, weil es eben über Generationen weitergegeben wurde, das muss sich natürlich irgendwann Platz schaffen und einen Ausdruck finden, das ist tatsächlich auch nicht ungewöhnlich. Hallo, erst mal heute hier zu diesem Thema auf meinem Kanal, transgenerationale Weitergabe von Trauma, das Erbe deiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Ich freue mich, wenn ich dich wieder damit heute inspirieren kann und natürlich auch Mut machen kann. Für mehr Inspiration abonniere natürlich auch gerne meinen Kanal. Das Erbe also unserer Eltern und Urgroßeltern, Großeltern, das ist nach aktuellem Forschungsstand ein Trauma, ein transgenerationales Trauma. Und was können wir tun? Wie können wir Trauer, Depressionen oder Ängste, die wir nicht zuordnen können, die mit dem unverarbeiteten Trauma unserer Eltern und Großeltern, der anverbunden ist, was unser Leben beeinflusst, ablegen? Was muss man tun? Vor allem, wie erkennen wir das unangenehme Erbe in uns? Gerade Trauer kann viele verschiedene Gesichter annehmen und erfasst den Menschen als Ganzes. Und das Ausmaß und verdeckte Wirkung von transgenerationalem Trauma ist verheerend. Wir sehen es in der Gesellschaft. Auch, dass wir Trauer nicht immer sofort als Trauer erkennen. Trauer kann sich ja verstecken, zum Beispiel hinter Wut und Aggressionen, ja, hinter einer Arbeitssucht, Erfolgssucht, Verkopfung, Gefühlstaubheit, Harmoniesucht. Wir zerstreuen uns auch als Menschen, um den emotionalen Schmerz nicht spüren zu müssen. Und das ist auch gut so. Sonst würden wir ja auch irgendwann implodieren oder verrückt werden, ja. Und Süchte dienen der Kompensation unserer oft verdrängten Ängste, der Trauer oder der Depressionen. Ja, wir leben in einer Welt, in der oder die nicht darauf angelegt ist, dass wir sie wohl ungeschadet überstehen. Das bedeutet nicht, dass wir einen emotionalen Totalschaden nach dem anderen erleben müssen. Aber es bedeutet, dass wir immer wieder in unserem Leben in Situationen kommen, die Schmerz verursachen und die Schmerz, alten Schmerz in uns antriggert, ja, oder antriggern. Und dass wir diesen Schmerz dann, diesen alten Schmerz in uns übertragen, vererbt bekamen. Und wir konnten im Prinzip überhaupt nichts dafür. Im besten Fall wachsen wir daran, wir werden dann widerstandsfähiger. Dann lernen wir mit problematischen Situationen und mit diesen ganzen Katastrophen da draußen umzugehen. Um uns ja dann an die Anforderungen unserer Umgebung auch anpassen zu können. Im Worst-Case-Szenario schreiben sich die schockierenden, prägenden Ereignisse ja fest in unserem Körper und in unserem Gehirn. Und die fluten dann immer wieder unser Bewusstsein. Und trotzdem bleiben diese Szenarien gleichzeitig aber unaussprechlich. Wenn etwas außergewöhnlich schlimm ist, wenn es unsere vorhandenen Bewältigungsmöglichkeiten dann übersteigt und wir nicht mehr in der Lage sind, das alles zu verarbeiten, dann sprechen wir von einem Trauma. Ein Trauma entsteht zum Beispiel eben durch das direkte Erleben, das direkte Beobachten auch oder durch die Addition von mehreren kleinen Ereignissen und die als einzelne dann keine Traumatisierung auslösen würden. Aber in der Summe dann Trauma hervorrufen können. Und doch nicht alle traumatischen Erlebnisse gehen in der klinischen Definition auf. Denn für viele Menschen, die vermuten, traumatisiert zu sein, scheint es aber dieses eine traumatische Ereignis nicht klar zu geben. Also man kann sich überhaupt nicht erinnern, aber es gibt eine erkennbare Symptomatik. Und das ist dann zum Beispiel, dass du dich eben oft ängstigst und besonders empfindlich reagierst oder so schreckhaft bist. Und über die Ursachen spreche ich später auch noch mehr. Und natürlich kann es dann verschiedene auch Gründe dafür geben. Einer davon ist eben das Trans- oder intergenerationale Trauma. Und vereinfacht gesehen ist eben ein transgenerationales Trauma ein traumatisches Ereignis, welches einer Person widerfährt, von ihr aber nicht verarbeitet werden kann und dann weitergegeben wird an die zweite, dritte, vierte Generation. Aber wie funktioniert denn so eine Weitergabe und wie erkennst du sie bei dir selbst? Die offensichtlichste Übergabe von Trauma findet in der Interaktion, also über die Verhaltensebene statt. Wie Menschen mit erlebten Trauma umgehen, ist individuell und beeinflusst maßgeblich, wie wir eben mit unserer sozialen Umwelt interagieren. Zum Beispiel in Form von unserer Verbindungsfähigkeit oder Bindungsfähigkeit, Liebesfähigkeit, die Erziehungsstile, die Kommunikation, das körperliche Miteinander und natürlich auch die Stressempfindlichkeit. Also welche Toleranz haben wir in unserem Stressfenster? Als Kinder lernen wir von unserer Umwelt. Wir saugen Gesten, Mimik, Emotionen, das Ausgesprochene und das Unausgesprochene der Bezugsperson auf wie Schwämme. Ist die emotionale Lebensrealität der Bezugsperson von unverarbeitetem Trauma geprägt, wird das Kind aus dieser psychoanalytischen Sicht zu einer Art Aufbewahrungsort für die unverarbeiteten, unerträglichen Anteile und Botschaften der Bezugspersonen. Also das Kind verinnerlicht etwas, was seiner eigenen Erfahrungswelt nie widerfahren ist und fremd ist eigentlich. Und geht mit seinen Nächsten eine unausgesprochene Art symbiotische Vereinbarung, Loyalität, Abhängigkeit ein. Und das könnte vielleicht auch der Grund sein, warum du dich heute so fremd in deiner Haut auch fühlst. Trauma erklärt sich so, das körpereigene System muss bei Stress, Gefahr oder Überbelastung hochfahren, um alle Stressoren beseitigen zu können. Es bereitet sich sozusagen auf Kampf, Flucht vor und das Stresshormon Cortisol macht zwar in diesem ungezügigen Situation kurzfristig leistungsfähiger, Ja, wir powern hoch, aber gelingt es eben nicht, den Stress, die Gefahr auf Dauer zu beseitigen, kann das System das alles auf Dauer nicht mehr regulieren. Sondern es muss weiter dieses Stresshormon ausschütten, ununterbrochen und das so lange, bis die Tanks vollkommen leer sind. Das System ist dann ausgebrannt. Es bleibt nichts mehr übrig. Darunter leidet das Immunsystem, die Hormone, die Zellen der Betroffenen. Es entstehen Trauma-Folgestörungen. Diesen Stress, die Angst des Schreckens, der Verzweiflung, Wut oder Trauer, die das Kind dann wahrnimmt, nimmt es als Antworten auf Sein-Sein und internalisiert diese Symptome. Emotionale und psychologische Verwundung, ja, bedeutet das und das über Generationen hinweg. Und das wurde einfach so weitergegeben, nicht vorsätzlich. Unser Seinszustand ist historisch. Alles, was in deiner persönlichen Geschichte passiert ist, ja, auch das, was in der Generationslinie deiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, in der Gemeinschaft, Kultur, die Umgebung, äußere Einflüsse geschehen ist, ist da von Bedeutung. Der ungelöste historische Kummer, die Depressionen, Ängste, die tiefe, unverarbeitete Trauer aus den Kriegen, gesellschaftlichen Umformungen, ja, die Ausbeutung, Unterdrückung gehen dann als Trauma in den Menschen hervor. Die Trauma-assoziierten, unverarbeiteten Emotionen und Körperzustände übermitteln sich nicht nur auf der Interaktionsebene, auch in unserer, ja, konzentriertesten Form, nämlich in unserer Neurobiologie und nachgewiesen in unseren Genen. Und noch kleinteiliger auf Trauma schauen können wir mittels der Epigenetik. Diese beschäftigt sich mit den Faktoren, welche die Genaktivität und dadurch die Entwicklung einer Zelle zu einem bestimmten Zeitpunkt beeinflusst. Mit diesem Bewusstsein können wir unsere Geschichte erforschen und natürlich Heilungsarbeit, Trauerarbeit leisten. Ja, unser Leid betrauern und das der vorherigen Generationen, ohne weiter in den Trauersymptomen hängen zu bleiben. Den Familienmitgliedern ihr Erbe zurückgeben. Was passiert mit uns, wenn wir weiter idealisieren und unsere Familien schützen, auch wenn sie nichts dafür konnten? Um uns zu erkennen, müssen wir aufhören, das Leben zu bewältigen. Das ist oft nicht einfach, das alles zu bearbeiten. Aber wie lange willst du dich noch vor dem Ungesagten schützen, obwohl es so in dir brennt, ja, und der Brand, der in dir ist, das sind die Depressionen, die Angst, die Trauer, die nie ausgesprochenen Dinge, die weitergegeben wurden, die Opferhaltung. Du musst nicht ständig kämpfen oder stark sein, ja, das Funktionieren. Was du tun musst, ist Zusammenhänge erkennen. Wo ist eventuell ein Mangel in deinem, ja, in einem Lebensbereich? Wo fließt da die Energie nicht frei? Wo sabotierst du dich immer wieder? Bist hart mit dir selbst? Ja, bewertest dich? Kennst du immer wiederkehrende Unsicherheiten im Bindungskontext, das Misstrauen, das Vermeiden von Nähe oder Angst vor Abweisung, Trennungs- oder Verlassenheitsängste? Kennst du starke Ängste oder Phobien, die keine direkte Ursache in der eigenen Lebenserfahrung haben? Leidest du unter, zum Beispiel auch Schlafstörungen oder wiederkehrende Albträume, insbesondere solche mit so traumatischem, schweren Inhalt? Transgenerationales Trauma erkennt man oft in so einer Schwere im Leben, so eine Müdigkeit und die Schwere im Körper. Und dann möchte man immer wieder dagegen angehen. Kennst du zum Beispiel auch Körperscham, übertriebene Schuldgefühle? Gerade Frauen können hier sogar körperlich, emotional spüren, wie Trauer sich über Generationen weiter im Körper ausdrückt. Durch vielleicht sexuelle Unlust oder Ablehnung der eigenen Weiblichkeit, Essstörung. Ja, auch Männer kennen das. Die Ablehnung von Zärtlichkeit und die Sanftheit als Mann. Ja, Unlust oder Impotenz, Geschlechterhass, Aggressionen. Aggressionen sind ein deutliches Zeichen, ja, dass etwas in dir arbeitet. Das Gefühl im falschen Körper geboren zu sein, Hypervigilanz und PTPS-Symptomatiken sind Hinweise, ja. Aber ein wirklich deutliches Zeichen, und darüber spreche ich auch immer wieder hier auf meinem Kanal, das sind die unklaren körperlichen Beschwerden, für die es keine medizinische Ursache gibt oder gefunden werden kann. Die Körperschmerzen, die hängenden Schultern, der Buckel, das Suchtverhalten, die brennenden Hände, all das, was wir nicht erklären können. Ja, und insbesondere eben auch ein selbstverletzendes Verhalten, sich selbst nicht mögen, Suizidgedanken. Das können Hinweise auf übertragenes Trauma sein. Generationsübergreifende PTPS ist keine Seltenheit und muss ernst genommen werden und von Fachpersonal abgeklärt werden. Sich der eigenen Störfelder bewusst zu werden. Ja, diese Hinweise vom Körper auch ernst zu nehmen, von der Seele. Diese zu heilen, dafür benötigt es nicht nur die Begleitung von Menschen, die Fachpersonal sind, sondern eben auch, die das ernst nehmen. Die da hinhören und sagen, ja, es gibt in deiner Geschichte ein Erbe. Ja, und für dich selbst kann ein achtsamer Lebensstil helfen, sich liebevoll zu begegnen. Und natürlich brauchen wir auch neue, gesunde und positive Erfahrungen, um das Alte zu überschreiben. Und oft hilft auch Kunst, Musik oder Schreiben, um ja, die Gefühle auszudrücken, endlich zu verarbeiten. Und es helfen auch Gespräche mit Familienmitgliedern, um das aufzuarbeiten, die das auch wollen, um sich damit zu beschäftigen. Und noch ganz ratsam finde ich, aus meiner Geschichte, sich mit den Ressourcen der Ahnen zu beschäftigen, ist natürlich absolut gehaltvoll. Welche Werte gaben dir deine Ahnen mit, von denen du zehrst? Und das dürfen bei all dem Traumatischen, dürfen wir das nicht vergessen. Denn oft waren deine Ahnen ja Kämpfer, Überlebende, vielleicht treue Aktivisten im guten Glauben. Und sogar Überlebenskünstler. Und das hat eine Kraft. Ich freue mich, wenn ich dich heute mit diesem Thema wieder inspirieren konnte. Schreib doch gerne in die Kommentare, ob du damit Erfahrungen hast, wie du damit umgehst. Und sag wie immer zum Schluss, sei ganz gut mit dir selbst und bis demnächst. Ich freue mich, wenn du mit dir bist.